Ich würde gerne gegen Artur Mellisch spielen, aber ich muss sie kommentieren. Naga98, let's go! Follow Naga89 on Twitch, please. 98, lol. Jetzt werde ich Spam Emotes, ich will auch Nice Emotes. Warte, ich muss das von Kubobers Account, ich poste es auf beiden Accounts. Flex, Flex. Let's go, doppel-post. Okay, das ist Lothi jetzt gegen Lothi und Peach. Nee, noch nicht. Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist schon... Ja, das sehe ich. Frozen High. Nimm den Schlüssel an, das ist schon mal an dich. Ja, das ist doppel, ist egal. Kannst du mal aufstehen und ich... Weißt du wie gut Haki Doubles ist? Erkennen mich halt. Komm, kommentiert mal, kommentiert mal. Let's go Haki, ja Park. Let's go Haki, nur Apes. Das ist Nulls, aber es ist Nulls. Ja, weil er Spacys und Fox hat, äh Spacys und CF hat. Das kann ich verstehen, aber ich sag mir auch, dass er es nicht machen soll. Aber... Lass mich davon nicht stehen, weil er meint, dass ich so. Pass auf! Pass auf! Ist es ausgegangen? Ich weiß es auch nicht, aber er hört nicht damit auf. Was auch? Ja, ich sag ihm das ja schon... 2-0? Ich sag ihm das nachher auch. Mit dem Vergleich, dann wird er damit auch. Oh shit, Haki hat gerade zwei Punkte bekommen. Äh, dass Haki immer über... Vier Punkte. Eins, zwei, zwei, drei oder vier. Achso, ja. Das heißt, es gibt den Schlüssel mal gegen... Warte mal. Was denn? Haki fängt alle. Er spielt halt sehr langsam und schar so. Warte mal. Juhu! Ja, aber die Matchers sind schon echt richtig kacke. Ich weiß schon, warum er das nicht mag, aber... Romoyen bringt halt nichts. Ich hab was gewonnen, Alter. Das erste Mal beim Smatchen. Geil! Was hat er gewonnen? Was macht er denn? Das ist ein Vollöl, Vollöl. Noels, let's go! Wo? Ja, ich brauch auch wieder Naga-Suits. Die geben einem Leben, Alter. Der Shrek-Stream war von Haki, glaub ich. Wer ist Lunch Money TV? Wir haben Fans in Real Life, Alter. Hallo Lunch Money TV. Hallo Lunch Money TV. Hallo Lunch Money TV. Hallo Lunch Money TV. Das war viel zu nice. Bestes Streams, Alter. Viel besser als Berlin Smash. Wenn ihr nicht sublen solltet, ist es Lager 98. Digga, sub bei Berlin Smash. Dann für den Follow Storm Red. Du bist ein Ehrenmann. Die Streams kommen alle... Was... Was soll... Was ist echt so? Äh, geht gleich los. So, weil sie hier einigermaßen fertig sind. Wie steht's hier? Wind Waker. Wie steht's hier? Äh... Erst Game. Oh fuck, Digga, das ist ja... Das ist ja Hype. Let's go Kevin, du hast das. Das ist so Young Link gegen fucking... Nur auf dem... Let's go Ope! Nur auf dem Arcadian, ne? Das ist der Any% Scheiß, den ich sehen will. Oh my god. Ja man, ja man. Ja... Das wäre ja... Er hätte halt... Er hätte einen Downhand... Er hätte halt Downhand können, so. Ja... Aber ich weiß nicht... Er hätte auch... Er wäre gestorben, safe. Jaaa... Jaaa... Go! 2-0 für Fluxmop. Was? 2-0 für Fluxmop. Für Fluxmop? Warte mal. Chill mal ganz kurz hier. Let's go, Kevin! Wirst du wir haben? Kriegst du's gratis. Wirst du rausfliegen. Jetzt rausfliegen. Jetzt rausfliegen. Ich schwöre. Ich probier's mal. Nein, er macht das immer. Er covert immer. Okay, okay, okay. Wir müssen hier ein bisschen... Wir müssen den Commentary Bias etwas ausgleichen. Ich bin jetzt da. Norddeutschland. Südlicheres Norddeutschland. Tja... Wovon ist dein Lieblings-Pokon denn? Dann hast du recht. Vielleicht. Okay, Leute. Ich hab gute Nachricht. Ich hab gute Nachricht. Schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht. Hand in Hand für Norddeutschland. 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 Schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht. Schlechte Nachricht. Der hat den. Alles gut. Warte mal, Conci. Du bist noch nicht bereit. Oh, sorry. Scheiße, jetzt hab ich den Teotisch lang. Oh! Arcadian bedeutet, dass alle Top-Spieler gebannt sind. Und das bedeutet, dass halt die ganzen Top-Ten von Berlin und halt einige andere gute Spieler aus anderen Regionen nicht teilnehmen dürfen. Das heißt, es nehmen nur so einen Mid-Level-Spieler teil. Aber das ist ultra sick. Danke für die Frage, Mediterraner Musti. Ich weiß gar nicht. Das ist Mustafa. Okay, Sushmo, egal, ich krieg nochmal zwei Punkte. Hamburg meine Pferde. Spiel ich jetzt gegen Lambo oder was? Du spielst gegen Jango genau. Du spielst Döner mit Lamm oder Hähnchen. Döner mit Lamm oder Hähnchen? Hähnchen. Hähnchen. Bei Vue fährt halt einfach niemand hin, weil bei Vue... Es gibt keine gerankten Spieler in Vue. Doch, es gibt sogar. Die haben SQR. Was? Das ist sogar extrem stark. Wo ist Teru? Äh, nicht gerankt. Tschüss, der könnte Arcadian mitmachen. Ja, das nicht unbedingt. Aber halt so... Leute, die teilnehmen durften, theoretisch waren so... ziemlich gute Spieler eigentlich. Ficke, Alter. Ja, Mann, abgeredet ihr, du und König. Was passiert? Richtig, was passiert? Oh, du Götter. Ich krieg direkt mal ein Fick. Der Lamm, ein Haufen Scheiß, Alter. Der Lamm ist Götter. Digga, fünf Punkte hab ich schon durch dich bekommen, ne? Ja, was ist das? Absolute Maschine. Kriegst Hiro oder Shushko? Easy, Mann. Also Hiro und dann gewinnt Hiro. Und dann sind die Zürcher gegen mich und muss OB hicken, Alter. Zürcher kann nicht mal. Brauchst du auch gegen Kro? Brauch er nicht. Ice Camas 3. Brauch er gegen ihn schon. Digga, Kro... Kro0 wär auch ein super guter Pick gewesen, glaub ich. Ja. Kro0 hat auch richtig reingesteckt. Aber Tour Break ist ein ganzes Leben, ja. 2-0. Ja, wie die OB verlor. Aber... Nein, nein. Nicht geil. Ich bin jetzt Richardchen Zürcher gerade. Dennis, was ist dein Lieblings-Pokémon? Jirachi. Wow. Wieso, was ist dein Lieblings-Pokémon? Jirachi. Marl. Wer? Marl. Marl ist schon sick, Mann. Seh ich. Aber ich finde Jirachi geil. Das ist wie dieser komische Perverse in Melee-Held, der das so geil findet. Was? Kennst du das nicht? Nein. Das ist irgend so ein Typ, der will immer... Wer ist denn heutzutage noch in Melee-Held? Ich mach das wirklich nur so aus morbidem Interesse. Chad, was ist euer Lieblings-Pokémon? Das ist so das richtig morbideste Interesse da. Aber das ist halt so ein Typ, der will immer Lucina X Marl-Hentai haben. Ich weiß nicht. Also Lucina aus Fire Emblem, ne? Nee. Aber du meinst Lucina aus Match 4? Ich dachte, Lucina aus gute Zeit und schlechte Zeit. Nee, die nicht. Dachte ich auch. Lucina X Marl will ja immer so wild davon haben. Was ist denn Zig Zags überhaupt für eine Option? Digga X6. Ultrageil. Garados? 2-0 für Milch. 2-0 für Milch? Bro. Da musst du ein bisschen warten. Greifswald. Greifswald auf der Karte. Mimic, bist du Top 3 Greifswald? Interrepresenter. Bist du Top 3 Greifswald? Oh Gott. Das ist Mimic. Bin ich... Nein, ich frag dich. Bist du Top 3 Greifswald? Nee! Oh Gott, das ist wirklich so stark. Mimicma ist ein sehr guter Tipp. Mimicma ist wirklich gut. Was ist ein Mimicma? Das ist das Geister-Pokémon, was sich als Pikachu ausgibt. Weil es weiß, dass alle Pikachu sind. Ach, Mimigiu. Ja, genau. Das ist wirklich nice. Das ist echt nice. Digga, als ob er eisig in Haki reingeht. Ging gerade mehr an o'-fest reinen, als alles andere? Schrei. Zuhuhuhuhuh!! Sie erleben den Beginn von Lukas Stimmenbruch. Hatten Sie Mahnotou eine Stevie-O-Fone für eine Stimme für die Stimme? Ne, das ist vorbei, wo es immer so klingt. Heee! Heee! Alter Service! Was? Hat noch ein Alkohol ein... Das musst du holen halt! Das ist ne Überraschung! Wir haben Cola auf jeden Fall da, dass wenn man später Whisky holt, dann kann man dann noch was draus machen. Zum Beispiel Cola Cola. Ich hab kein Whisky geholt. Aber es gibt nachher noch ne Überraschung. Dennis schaut auf... Ich guck nie Frauen hinterher. Ich mach das nie. Ich hab die Awareness nicht. Was? Ich kann nicht Frauen von vorne sehen und dann die Awareness haben, jetzt mal Arsch checken. Ich guck nie auf Götter. Jetzt mach das Fies. Jetzt mach ich Götter checken. Ich weiß nicht. Das Ding ist so, ich find ja Götter auch Arsch geil. Ja, ist Götter geil. Aber ich hab nie die Awareness Götter zu checken. Weißt du? Jero kann wirklich nicht wobbeln. Sag ich doch. Nee, er kann echt nicht wobbeln. Aber er ist sick. Ich schwöre, das eine Match, was er mit Eisklasse in seinem ganzen Leben gegen mich gewonnen hat... Danke, Maxi, das ist der Beste, wie ich denn je gemacht wurde. Danke, Maxi. Du fickst die Scheiße jetzt. Dein nächstes Set ist Best of Five. Und weißt du, was denn jetzt passiert? Weißt du, was bedeutet? Das heißt, du hast einen extra für dich raus. Okay? Verstehst du, was ich damit sage? Du machst richtig schön für den Arsch wuchs. Sex-Fick. Sex-Fick. Wie ein erwachsener Mensch. Lemurenkönig wird demnächst einen sehr schönen Sex-Fick vollziehen. Der ist eigentlich irgendwie 14 oder so? Ja, bis zum Lemurenkönig. 16, 16. Age of Consent, okay? Ey, Montag sind zwei. Nightmare darf offiziell Lemurenkönig anfassen und das ist illegal. Lemurenkönig wird am Montag Geburtstag haben und er wird schon jetzt Sex-Fick machen. Vorsichtshalber. Dennis, kannst du diesen Tweet vorlesen? Na klar. Den Tweet. Soll ich ihn so erst im A-Mail vorlesen? Ja, bitte. Ihr habt den Arzt zu erfahren. Gestern dann richtig Baba Kanak vorbeigefahren. Da läuft sie mit Kachpa weg. Entlang. Dann lässt der Deckel von seiner Flasche fallen. Und sie hebt auf und er schaut ihr übel auf den Göttjunge. Wie kann man so smooth verrückt sein? Das war meins. Das war dein. Kaki ist so geisteskrankt, Alter. Fick alle, Mann! Fick alle, Mann! Ja, Dennis, nur wenn dein Kirby reingeschifft hat. Boah, Alter! Oh mein Gott, Microsoft Office. Wow. Er hat dieses Match einfach verloren mit einem Kill, den er an seinen Teampartner begangen hat. Nein. Baba Kanak. Baba Kanak, Bruder. Das klingt wie... Das könnte so ein Eishockes drin sein, die Baba Kanaks. Dennis! Komm Kaffee, Ari muss reden. Ich komm Kaffee, Kaffee, Fuhl! Oh, ist vorbei, 3-0. XD 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 Das extends flihuahua. lenses Es gibt es nicht mehr an, welche Kanaks können wir grzy先 anschreiben?